Ragazzi, ihr könnt mir nicht glauben, ich habe eine Pizza-Automate entdeckt. Schau mal da, gehen Sie laut. Die ganzen Pizzas wollen in Avoli sterben. Wie viele Pizzas sind? So viele Pizzas sind gestorben. Chili, Beef-Pizza, Salami-Pizza, Kebab-Seil. Satte 4 Euro. Bist du tippa? Schauen wir mal, was passiert jetzt. Oh, oh. Die Kabane wird aufgewärmt mit Plastik. Jetzt geht in den Ofen und er rennt sich. Pizzabäcker, die haben ihn immer reingeschlossen, oder? Deine Pizza brutzt bei 300 Grad. Also nichts brutzt und wenn jemand Lulluma... Jetzt kommt! Das gibt's aber nichts. Es riecht wie wenn jemand Bolognese falsch gemacht wird. Liebe Bistro-Box, wenn jemand hört mir, da braucht man die Tasten noch.